Heute teste ich zwei Mascaras und zwar möchte ich den Unterschied herausfinden zwischen der Arvon Unlimited Instant Lift Mascara und der Arvon Unlimited Drama Instant Lift Mascara. Die Arvon Unlimited Instant Lift Mascara soll viermal mehr Schwung geben bis zu 24 Stunden Halt und dreimal mehr Volumen. Sie hat ein Gummibürstchen, welches leicht gebogen ist. Die Arvon Unlimited Drama Instant Lift Mascara ist ebenfalls geschwungen, hat allerdings kein Gummibürstchen, sondern ein Kunstfaserbürstchen. Der äußere Bogen formt die Wimpern und verleiht ihnen einen stärkeren Schwung und soll bis zu sechsmal mehr Volumen geben. Hält ebenfalls 24 Stunden. Und diesen Unterschied möchte ich jetzt gerne einmal mit euch zusammen mir anschauen. Bis zum nächsten Mal. Beide Mascaras waren sehr alt. Einfach aufzutragen. Bei dem gebogenen Drama Mascara, da müsste man ein bisschen präziser arbeiten bzw. ein bisschen aufpassen, weil ich da an meinem Lid drangekommen bin, an meinem Oberlid. Und ansonsten konnte man das Ganze gut auftragen. Allerdings sehe ich da jetzt keinen großartigen Unterschied. Beide Mascaras finde ich sehr gut. Ich finde, die zaubern tatsächlich Länge und die zaubern auch einen wunderschönen Schwung. Das ist ein sehr guter Wunderschönen. Das ist ein sehr guter Wunderschönen. Das ist ein sehr guter Wunderschönen.